Ich liebe dich, Pumpkin. Ich liebe dich, Honey Bunny. Keine Panik, das ist ein Überfall. Wenn sich doch nur einer von euch stinkenden Schwänzen rührt, schieß ich ihm die Eier einzeln ab. Habt ihr das kapiert? Jetzt mal herhören. Ich werde jetzt eure Brieftaschen einsammeln. Es wird nichts diskutiert. Ihr werdet sie einfach in die Tüte. Gut, also dann Brieftasche raus. Was ist denn im Koffer? Die schmutzige Wäsche von meinem Boss. Dein Boss lässt sich die Schmutzwäsche machen? Wenn er sie sauber haben will. Hört sich nach einem Scheißjob an. Komisch. Das gleiche habe ich auch gerade gedacht. Was ist denn da hinten los? Sieht aus, als hätten wir es hier mit einer Kämpfernatur zu tun. Schieß ihm ins Gesicht. Auch wenn es dein Ego erschüttert. Aber es ist nicht das erste Mal, dass ich eine Kanone unter der Nase habe. Wenn du nicht sofort die Hand von deinem Koffer nimmst, wird es das letzte Mal gewesen sein. Also gut. Ich werde jetzt bis drei zählen. Wenn du bis dahin nicht den Koffer geöffnet hast, werden von deinem Gesicht nur noch die Ohren übrig bleiben. Alles klar? Eins, zwei, drei. Okay, Chica. Du hast gewonnen. Der gehört dir. Mach ihn auf. Was ist das? Was ist das denn? Ist das das, was ich denke? Das ist wunderschön. Was ist das denn? Lass sie los! Ich glaube, du sollst die Schnauze halten! Lass sie sofort los! Lass sie los! Lass sie los! Lass sie los, oder? Ich kündige dich! Lass sie los! Ich soll die Schnauze halten! Krieg dich wieder ein, Honey Bunny. Sie soll sich abreagieren! Was? Alles wird glatt laufen! Es läuft alles glatt. Versprich es ihr! Ich versprich es dir. Sie soll keinen Stress machen! Kein Stress, Honey Bunny. Wie heißt sie? Yolanda. Alles klar, Yolanda. Wir werden doch keine Dummheiten anstellen, oder? Tue ihm nicht weh, Mann? Niemand wird irgendwem wehtun. Wir werden sein wie drei kleine Fonsis. Und wie sind Fonsis so? Komm schon, Yolanda! Wie ist so ein Fonsi? Cool? Correcto mundo! Okay, Chica. Ich werde jetzt bis drei zählen. Wenn ich bei drei angekommen bin, musst du die Waffe fallen lassen, die Hände auf den Tisch legen und deinen Arsch hinhocken. Aber wenn du es machst, dann mach es cool. Alles klar? Eins, zwei, drei.